So langsam klettern die Temperaturen ja wieder nach oben. Wir haben offenbar die grimmigste Kälte überstanden. Die einen, die freut das, die anderen versuchen noch mal alles zu nutzen, was der kalte Winter an schönen Dingen mit sich bringt. Eislaufen zum Beispiel auf einem Natursee, das macht Spaß, keine Frage. Aber erlaubt ist das fast nie. Trotzdem war der Moritzburger Schloss Teich heute wieder knackenvoll. Winterliche Bilder haben wir auch aus Oberwiesenthal. Dort findet nämlich das Telemark-Camp statt. Nun kennt man Telemark ja eher als Landetechnik beim Skisprung. Aber früher war das auch ein übliches. Ob es auch in den nächsten Tagen Gelegenheiten zum Skifahren, Eisbaden oder Schlittschuhlaufen gibt, das erfahren Sie wie gewohnt am Ende der Sendung im Wetterbericht. Es gibt momentan allerdings auch viele Sachsen, die haben wenig Zeit, den winterlichen Freizeitspaß zu genießen. Die nutzen jede Minute, um im Wald zu arbeiten. Die Motorsägen sind nahezu im Dauereinsatz, um die Sturmschäden nach Herwart und Friederike zu beseitigen. Eine lebensgefährliche Arbeit. In den vergangenen Monaten gab es zwei tödliche Unfälle beim Baum fällen. Um die Gefahren besser einschätzen zu können, kann man in Moritzburg den Umgang mit der Kettensäge lernen. Kommen wir zur Handarbeit der leiseren Art. Häkeln, stricken, nähen. Seit langem feiern diese Fertigkeiten ihre Renaissance. Vor allem bei den jungen Leuten steht Selbermachen hoch im Kurs. Und das Zubehör, also jede Menge farbenfrohe und außergewöhnliche Stoffe und Wolle, gibt es an diesem Wochenende auf dem Wollefest in Leipzig. Was vor elf Jahren ganz klein im Garten eines Strickcafés begonnen hat, ist inzwischen zu einer großen Messe herangewachsen. Kommen wir nun zu einem Klassentreffen der besonderen Art. In Dresden haben sich gestern ehemalige Kruzianer getroffen. Ihre gemeinsame Zeit beim berühmten Chor liegt über 50 Jahre zurück. Treffpunkt war das Staatsarchiv in Dresden. Vielleicht ein ungewöhnlich anmutender Ort für so eine Begegnung, aber es ging darum, sich einen besonderen Film anzuschauen. Entstanden im Jahr 1963 ist er restauriert worden und hatte gestern, zum Tag der Archive, der an diesem Wochenende stattfindet, seine zweite Premiere. Ja, wenn man gemütlich beisammensitzt und schwatzt, gehört es für Pfeifenraucher dazu, sich einer anzuzünden. Und richtige Genießer halten in diesem Moment vielleicht eine Pfeife aus Dorfheim im Tarander Wald in den Händen. Und dort gibt es nämlich einen der wenigen Pfeifenschnitzer in Deutschland. Na, so ein Pfeifchen hat ja auch was Gemütliches. Bei uns ist nun aber nicht Gemütlichkeit angesagt, sondern körperliche Betätigung, denn es heißt nun sportfrei mit Allmust. Ja, guten Abend. In der 2. Fußball-Bundesliga beendet der FC Erzgebirge. Tja, das war's von uns für heute. Susanne Langhans hat nun noch die Wetteraussichten für Sie. Und tatsächlich, sie spricht von Plusgraden. Und danach schaut MDR aktuell in das Willy-Brandt-Haus nach Berlin. Dort werden seit dem Nachmittag die Stimmzettel der Mitgliederbefragung ausgezählt. Es steigt also die Spannung, ob es ein Ja zur GroKo geben wird. Schönen Abend, bis morgen. Tschüss.